wir können zurück das bad force 1 the brass of winter wir machen sofort weiter wir haben hier unser schönes elfenlager oder das was mal ein elfenlager war ja gesagt wir haben neu das hat sich jetzt geklärt die kommen nämlich zu unserem lager zu unserem org lager auch in das heißt wir laden neu rennen wieder zurück zum org lager und versuchen das da erstmal zu verteidigen weil das geht sonst nicht anders und ja leider müssen doof das hier war es noch immer ja haben natürlich jetzt wieder das alles ein bisschen aber ist egal wir müssen zurück zum org lager folgt mir vorwärts schnell mir nach sofort schnell und los scheiße kriegen wir doch bestimmt auch nicht hin oder in der zeit ist wo ich so merke dass es ja noch so ein geschlängelter weg hier ist und das ganz vergessen wir können wir können wir können wir können wie und los folgt mir vorwärts zu mir ja da schauen wir nicht und der lager ist leider müssen den bedurl moment kriegen wir das sind ich kann natürlich mein super 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 ungeil ja die frage ist wie kriegt es denn ich habe eigentlich ich versuche mal was nein scheiße ja wie beschissen hier formiert huselig im moment erstmal wichtig teleportieren monument das kriegen wir nicht schnell genug hin das kommt nämlich die ganze andere armee scheiße das ist jetzt ne das ist jetzt ein problem ich könnte noch was anderes versuchen das wäre aber sehr riskant ich könnte noch was anderes versuchen ich probiere das mal aus das ist Achtung! Bereit. Und los. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Vorwärts. Schnell. Ich weiß nicht, ob wir so schnell ein paar Leute zusammenkriegen, die dann dagegen ankämpfen können. Ja, sofort. Schnell. Und los. Nicht so erfolgreich. Einen Gegenangriff. Clanbrüder zu mir. Alter, schon kein Leben mehr. Clanbrüder zu mir. Bereit. Nicht zu rückwaisen. Krieg, wo sind die Gegner? Für den Clan. Kommen leider auch schon die anderen. Nicht zu rückwaisen. Ja, vorwärts. Sofort. So ungeil. Ja, vorwärts. Sofort. Schnell. Mir nach. Und ich hab's erwischt. Ja, wir sind schon im Lagern. Mich hat's erwischt. Das ist ja vielleicht uncool. Ich hab's erwischt. Ja, ich hab's ja rechtzeitig dann doch noch da zu sein. Noch neue Leute produzieren. Ihren abzulenken. Schnell. Schnell. Mir nach. Und los. Folgt mir. Fuck. Fuck, 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 fuck. Schnell. Hier. Hm. Alles uncool. Sofort. nein es kommt man ja genau ich hast du sie seit alles richtiger schlöcher ja sei doch nicht ja tag brecken wir los ah klar, brüder zu mir find in der Stadt da habe ich ja nicht drauf aufgepasst ich bin hier und alles wieder aufbauen ja ich habe dieses wort gesagt mein lustig sein zu müssen wenn wir was ich alles gebaut habe so jetzt seid ihr dran deswegen ist hausi tot dämon die meinung ist ernst ok uncool ganz uncool also wirklich extrem uncool das ganze sie sind in der stadt ich glaube wieder zu mir da wurde schon wieder nachher kommen gleich wieder mit den riesen armeen da an also das ist ganz uncool da müssen wir erstmal hier wieder müssen wir die amela der wieder aufbauen ich weiß nicht haben das nahrungslager noch bitte haben wir das noch gut zumindest regenerieren die jetzt alle wieder wir haben aber die ganzen die mine haben wir noch die schmerzen haben wir noch ja so kann es gehen kann man noch mal fehlen das kriegen wir ganz ganz leicht hoffentlich wieder hin dass wir hier dass wir in der armee aufbauen was machen jeder und dadurch die patrouillen das ist natürlich jetzt die frage jetzt wieder neue leute zu schicken zu uns oder ob das bleiben lassen die schicken natürlich wer hätte das auch nach wir können nicht vorbei wenn die hier zu vereinzelte leute schicken dann ist er zumindest die hoffnung dass sie nicht so stark reinhauen und das ist eigentlich das ist die würde dass sie sich um zu sein zu sein oder zu sein und zu sein zu sein wir können es sind sie zu sein nicht so sehr zu sein steigbar müssen wir leider erstmal unser lager hier wieder aufbauen und müssen natürlich in den gegengesetzte richtung glauben also da wird herkommen dann bin wir dann richtig auch alle niedermänen wenn wir dann ready sind und dann muss ich mein komplettes lager dementsprechend wieder instand setzen was legt arthur wie befohlen kriegt schon auf halbem weg sie meinen es ernst zehn noch wenn wir das denn haben dann haben wir erstmal dann haben wir erstmal der namen diese drei schicken weißt du drei und dann mal wieder zwei und so das ist jetzt kein problem es ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Ja, das ist nicht so, was ich hier ist. Klanbrüder zu mir. Ein Gegenangriff. Ich habe verloren. Ein Gegenangriff. Ich würde sagen, Lager aufbauen und dann auch Türme. Weil wenn wir natürlich jetzt hier meinen Lager zu zerstören, müssen wir Türme bauen. Das ist alles uncool. Das demotiviert mich hier wieder. Das ist alles sicher. Ich habe das auch gewonnen. Ja! Jaaa! Okay, okay, okay. Dann müssen wir die Lenden. Was ist? Ach, die Arbeiter werden jetzt wieder gebaut. Man fängt immer so langsam an, ne? Hier wieder so... Also, das ist, glaube ich, wichtig. Hier ist der eine hier. Oh, haben wir einen verloren. Nö, 60 von 60. Also, das ist das, dass wir hier die ganze Zeit da... Ja, 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 hier schicken und so... Das schon echt nicht so... ganz nicht so cool. Sie meinen das ernst? Ja! Tote in Feinden! Das ist... Auf mein Kommando! Ja! Ich glaube, wir haben einen verloren, oder? Sogar zwei verloren. Das Gebäude ist einsatzbereit. Und, gut, wir haben nicht mehr genug Holz. Die Meinung ist ernst! Ich werde jetzt mal Vornes machen. Ich werde das Ganze... wenn das jetzt nicht funktioniert also ich werde das jetzt in der nächsten folge versuchen dass wir jetzt einfach auf und davon muss zu sagen wir rennen jetzt den entgegen und wenn das nicht funktioniert leute wie lange wir auf dieser map schon rumgehangen haben wenn ich das ding dann will ich das ding wieder oft auf screen machen ich weiß wenn manche ist es immer so ein bisschen kacke wenn man das auf screen macht aber gleichzeitig ist es für andere auch wieder geil wenn man es auf screen macht weil wir hängen jetzt hier schon ich muss es ja auch nicht noch mal klären also hier schon echt ewig auf dieser map rum das ist doof und es ist schon ganz praktisch wenn man dann auch mal ein bisschen hier durchkommen ich meine ja schön wenn man sich ein bisschen zeit lässt schon gut aber irgendwann ist auch mal genug also nächste folge probieren wir aus die los zu stürmen wenn das schützt zu machen wenn das nicht klappt dann weiß ich was ich dann erst der folge noch machen werde weil dann werde ich die nächste folge dann dazu benutzen dann alles auf screen zu machen so wird das dann sein also bis zum nächsten mal oder rein tschüss